Hey, ich bin's, das Kältchen. Und das ist die Neckarmeile. Zwischen Bollwerksturm und Götzenturm gelegen ist die Neckarmeile die größte Gastromeile am Fluss in Süddeutschland. Regional und international, exklusiv und authentisch, Bier und Wein, große Ketten und Heilbronner Originale, Events und Festivals. Hier findest du alles für eine gute Zeit.